Zwölf Handkreissägen für Heimwerker und Profis haben wir in unserem aktuellen Test ausgiebig praktisch erprobt. Besonders intensiv haben wir dabei die Präzision getestet, auch von Gehrungen. Große Unterschiede gibt es außerdem in der Wirkung einer angeschlossenen Absaugung, und dem Ausriss an der Sägekante, die wir im direkten Vergleich bewertet haben.